Mal gucken, wer das hier mitmacht. Schlüssel. Komm. Mhm. Tamascho, also gerade mit Schlüssel gefakt. Okay. Alles klar. Meint ihr, Leute, wir haben Tamascho gerade da mitbekommen? Meint ihr, wir haben gerade Tamascho da mitbekommen? Oder sie wusste es nicht. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Das kann halt auch sein. Könnte sein. Bin mir nicht sicher, aber könnte sein. Ja, 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 ja. Go Derpy. Upsala. So. Wer ist denn hier in die Schleuse reingegangen? Habe ich da überhaupt eine Aufgabe? Jawohl. Sowieso da runter. Ey, die Map haben wir lange nicht gespielt, ey. Wir haben bisher immer, wir haben jetzt sehr lange nur die erste gespielt. Schlimm genug. Oh, Firenze. Hm, aha, Firenze. Firenze, steht sie da nicht ein bisschen weit weg? Warum steht Firenze, warum stand Firenze gerade hier? Sie konnte nicht die Aufgabe von ihr machen. Hier musste sie stehen. Sie stand aber hier. Hier musste sie die Aufgabe machen. Und hier stand's. Schwierig. Scheiße. Gut, wir haben. Äh, Firenze hat gekonnt? Ich dachte ich jetzt. Hä, warte mal, Firenze, lol. Wow. Ach, das sind zwei tot. Ich hab, glaub ich, Narveen gefunden. Ich glaub, es war blau. Ja. Und zwar, wenn man aus der Schleuse nach unten wieder raus möchte in den Hauptraum. Also vom Labor Richtung Schleuse unten. Also unten rechts das Labor, Schleuse nach links. Genau, Schleuse nach links. Relativ nah am Eingang von der Schleuse. Mhm. Äh, okay, von uns aus gesehen am Ausgang vom Labor aus. Ganz kurz, Firenze. Firenze liegt auch links über dem Koms, glaub ich. Oder da, wo man auch schießen kann. Okay, okay, okay. Firenze, was hast du, hast du, hast du dieses Sortieren gemacht? Ja. Bist du dir sicher? Erst sortieren und dann die Zahlen von 1 bis 10. Bist du dir wirklich sicher, dass du das gemacht hast? Ja, ich bin wirklich sicher. Weil du standest, also du standest ja in, in dem Raum drin, einmal auf der Stelle, ne? Ja. Und dabei, also da hast du dann die Aufgabe. Weil als ich mich genau in die gleiche Position hingestellt habe, ich hatte die Aufgabe und ich auch, hab ich getestet, ob ich das dann auslösen kann, die Aufgabe und das ging nicht. Von der Entfernung. Also ich hab die Aufgabe gehabt mit dem Sortieren. Okay. Ja, ich wollte nur fragen. Gut. Wer meinte gerade, dass der Derpy gesehen hat? Also die Leiche. Ähm, hast du die gerade im Vorbeilaufen gesehen? Weil ich war gerade im Admin und vor, keine Ahnung, 5 Sekunden oder so hat Derpy noch gelebt. Mhm. Warte, ich guck. Ganz kurz. Ja, der ist jetzt oberhalb gestorben und mir kam auch aus der Richtung jemand entgegen, ich hab's nur wieder nicht gedacht. Ich hab eine Frage an Tamasho ganz kurz. Tamasho? Ja, das war... Ja? Welchen Schlüssel hast du am Anfang umgedreht? Ich hab dich beobachtet am Anfang. Das ist kein Schlüssel umgedreht? Nein. Okay. Ich muss sagen, ich hatte aber auch am Anfang keinen Schlüssel, komischerweise. Ja, danke. Hat auch nicht jeder. Nein, die haben nur die Innozen. Die Schlüssel haben nur die Kuh, Leute. Als wir vorhin beide im Labor waren, bist du auch von oben gekommen, von... Ich hatte, genau, ich hatte erst Fernrohr gemacht und dann bin ich von oben gekommen. Ja, genau. Über Weapons nicht, sorry. Über Weapons nicht, äh, Derpy. Okay, 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 okay. Musst du nochmal gucken. Danke, Länger, legen wir zu den Akten. Yes, ja. Äh, 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 außer, nehm ich zurück. Nein, weh, dann ja. Making a Mörderer. So. Jetzt aber nur... Was? Kein weiß gestimmt. Der war wieder nicht gemutet. Alter, Firenze ist mir ein bisschen suspekt, tatsächlich, ne? Firenze ein bisschen... Firenze ein bisschen sus, ey. Ein bisschen sus. Ey, wo ist das? Oh nein, muss ich das hier machen? Oh, ich hasse das. Konzentration, Kevin, du kannst es schaffen. Oh. Und Flash, danke für fünf Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sei gegrüßt. Willkommen zurück. Einen wunderschönen guten Abend. Moment. Ist es Zufall, dass die neun immer zuerst sterben? Ich glaube, es ist... Also, klar ist es Zufall. Also, ich glaube nicht, dass sich da jemand die Mühe macht und direkt die ersten da rauskillt, oder? Weiß es nicht. Leute, wir haben übrigens ganz viel Morgen zum Auspacken. Just saying. Im Stream. Ganz viel coole neue Sachen. Ich freue mich sehr drauf. Das sind... Ich habe... Weihnachten. Wie Weihnachten. Aha. Aha. Hä? Einzel? Aha. Okay. Mhm. Das war aber auch interessant jetzt gerade. Habt ihr das gesehen, Leute? Einzel nichts gemacht. Schauen wir mal kurz hier das Reagenzglas wieder zurück. Was? Und unten im Spazimen muss ich runter. Spazimen rum. Einzel ist einmal komplett lost irgendwie da am Zaun rumgelaufen. Ach, komm. So. Nabend. Somo. Guten Abend. Geht es Ihnen? Halten Sie einen wundervollen, knackigen Mittwoch. Und weh, der war nicht knackig. Dann... Wo muss ich denn hin? Ach, das sind diese Pultdinger, ne? Ich guck mal kurz. Grün. Schwarz gesehen. Ich habe Emergency Call gemacht, weil ich gerade gesehen habe, an den Vitals, dass Firenze gestorben war. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand Firenze noch gesehen hatte. Noch leider nicht. Nee. Nee. Nee, die ich gesehen habe, war Lillian. Also... Genau, gerade oben zum Schluss zum Reaktor hin, ja. Ja, genau. War irgendjemand in dieser Runde, in diesem Durchgang alleine unterwegs? Ja, ich. Die ganze Zeit? Relativ. Nicht die ganze Zeit. Also wir haben uns am Ende kurz gesehen. Ja. Ab und... War ich... Also Käse... Wir laufen kurz. Käse... Sie waren zum Schluss halt im Späßimen. Käse hat auf jeden Fall... Wer hat die Alarme deaktiviert? Wir haben die Alarme deaktiviert auf der rechten Seite. Ja, Lillian und ich waren auf der linken Seite und Lillian und ich haben vorhin auch das Licht wieder angemacht. Genau. Und wer war auf der rechten Seite? Ich war auch rechts. Du kannst gar nicht rechts gewesen sein. Du bekamst von unten. Ich bin ja von... Ich bin von rechts gekommen. Und ich war alleine. Ich war komplett alleine. Ich habe nicht... Wer hat es gesagt? Wer sagt das? Cassie? Cassie. Entschuldigung. Ich war alleine da. Ich habe gedacht, es kommt noch jemand. Es ist niemand gekommen. Ja, warte, 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 warte. Was hast du gemacht? Du hast gesagt, du warst rechts bei dem Pult. Ey, ich schwöre, ich würde richtig, richtig gerne ein bisschen besser noch sein, aber die Map überfordert mich gerade ein bisschen. Nein, du bist da nicht. Ich schwöre alleine. Du musst sagen, ach, rechts. Ich dachte, du meintes... Ne, was heißt denn das jetzt gerade? Ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich auch bei Google gerade keine fette Map gefunden habe, ey. Ach so. Ich kann mal sagen, wo ich bin. Okay. Hast du gerade ein Map-Shaming? Weil ich dir später eine von der Map senden, Cass. Ja, bitte jetzt. Frage, Cass, hast du irgendwas mit dem Alarm gemacht? Keinen Alarm ausgemacht. Ich habe den Wireless-Alarm ausgemacht und dann bin ich hochgegangen. Ich war auf der linken Seite und da habe ich kurz Lilian vorbeigehen sehen. Lilian ist auch irgendwie... Hat die jemand... Ne, stimmt. Lilian und Träumchen haben zusammen die Dings ausgemacht, ne? Ja, genau. Ja, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer es ist. Kannst du mal aufhören, bitte da die Impostor anzufeuern? Also ernsthaft jetzt. Das geht ja wohl mal gar nicht. Was ist denn los da? Warum sind die Türen geschlossen eigentlich? Kommt, Kinder. Mitkommen, bitte. Hat Cass gerade nicht zugegeben, Impostor zu sein? Ich glaube nicht. Also er hat ja einfach nur gesagt, dass er die Map nicht kennt. So. Ich glaube, er ist einfach nur verwirrt. Ich glaube nicht, dass er gerade gesagt hat, äh... Das war mit... Das kann halt vieles bedeuten, was er gerade gesagt hat. Warum sind die die Türen immer zu? Jetzt lasst die doch mal auf, Leute. Mann. Man kann die gar nicht mehr benutzen. Jedes Mal das Hindernis im Weg und schon wieder die Tür zu. Ich krieg die Krise. Light is out. Ich geh Kamera. East. Central. Northeast. Süden. Südwesten. Ich sehe keinen. Eine Aufgabe habe ich noch. Billion. Dann haben wir es doch fast, oder? Glaube ich. Muss ja. Ach, ich bin immer noch nicht durch. Ich gucke nochmal. Wickels. Träumchen gerade. Mhm. Okay, also Träumchen scheint safe zu sein. Ich glaube, dass Cass... Ich glaube trotzdem, dass Cass in Frage kommt. Ein bisschen doof. Ich weiß, aber ich glaube, Cass kommt trotzdem in Frage. Auch wenn er ein bisschen lost ist auf der Map. Ich sehe keinen, alle stehen hinter ihm. Ja, das war auf die Kamera, auf die Kamerabilder bezogen. Da ist nämlich niemand durchgelaufen. Warum ist denn hier die Tür geschlossen? Sollen die scheiße? Aha. Nichts, Kinder. Kommt raus da jetzt. Ja, was ist hier los? Schlebt hier keiner, oder was? Die Map ist natürlich auch ein bisschen räumlicher, ne? So, das... Das kann schon mal ein bisschen dauern, bis da die Leiche gefunden wird. Oha. Leno. Oh, jetzt will ich... Oh, wow. Ah, ja. Tamasho hat Leno gekillt. Direkt vor mir. Ich bin da gerade reingelaufen. Oh, verdammt. Heftig. Ey, ich weiß nicht, ob du nicht denkst, dass du damit durchkommst. Aber Pink ist gerade gut spritzend. Okay, was sagt Pink denn dazu? Tamasho. Stilles Schweigen? Ja. Ich bin ausgerutscht. Du bist ausgerutscht. Okay, alles klar. Tschüss. Das heißt, warte mal. Wir haben keine rausgewohntet, ne? Das heißt, Träumchen oder Linien müssen sein. Oder du. Ja, oder ich, aber für mich sind... Ich weiß ja, dass ich safe bin. Ich weiß auch, dass ich safe bin. Ja, klar. Das weiß jeder von uns selbst. Ja, sicher. Das Licht ist immer noch aus, ey. So, das heißt, wir haben jetzt wieder viel Zeit. Also, wir werden die Runde gewinnen. Weil wir müssen ja nur noch... Also, die Aufgaben müssen ja nur noch fertig gemacht werden. Eigentlich gar kein Problem. Mhm. Nein. Komm doch mit. Alter, warum splitten die sich denn? Hä? Warum? Alter. Ach, nee. Warum wird sich gesplittet, Junge? Das lernt man doch in jedem Scheiß-Horror-Film. Man macht das nicht. Man splittet sich nicht. Man splittet sich einfach nicht. Man splittet sich nicht. Ich sollte mal den Auf... Den Alarm deaktivieren, oder? Ja. Ich komme. Wow. Ich werde jetzt getötet, ne? Ich hoffe, das ist denen bewusst. Leute. Hä? Dann muss es Träumchen sein. Es muss Träumchen sein. Es kann nur Träumchen sein. Träumchen war die einzige Person, die so lange nicht da war. Gerade. Es kann nur Träumchen sein. Ich habe natürlich keine Emergency Calls mehr übrig. Geil. Fühlt sich gut an, Leute. Und keiner macht die Aufgaben. Super. Licht geht aus. Geil, Alter. Alles ist schön. Es ist immer wieder das Gleiche. Mann, 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 Leute. Und die Tür ist geschlossen. Oh. Hat es hier niemanden erwischt? Lilian, darf ich bitte bei dir bleiben, Alter? Och, komm. Warum wollen die denn auch alle immer alleine laufen? Ich meine, klar, die können, die können, also wir vertrauen uns gegenseitig nicht. Aber für mich ist es gerade relativ safe, dass es nicht, dass es Lilian nicht ist. Oh mein Gott. Sag mal, wer verpeilt hier gerade die Aufgaben zu machen? Wollt ihr mich verarschen, Leute? Warum hat einer von denen nicht schon längst Emergency Call gemacht? Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass es gerade mega lange dauert. Und das wäre mir einfach viel zu unsafe. Lilian ist eine Arschlochsau. Ja, hä, und jetzt macht sie keinen Emergency Call oder was? Hä? Hä? Danke. Oh, Träumchen, ey. Oh, Mann. Also irgendeiner verpeilt gerade, irgendeiner verpeilt Aufgaben zu machen. Ich habe gerade auf die White Hills geguckt und habe gesehen, dass wir nur zu dritt sind. Ja. Das ist scheiße. Oh, Leute. Ähm, wo seid ihr beiden jetzt gerade? Also ich bin gerade in der Mitte. Also ich war gerade noch im Laboratory, bin dann hoch Contamination und wollte jetzt zu Weapons von, also von dort dann. Och, bitte, bitte hilf. Bitte rette uns alle. Bitte rette uns alle. Das Ding ist nämlich, als ich Kevin das letzte Mal gesehen habe, war er auf der linken Seite bei Camps und ist dann nach unten gelaufen. Das heißt, er war eigentlich auf der linken Seite. Also links bin ich gerade lang gelaufen, da lag ich absolut gar keine Leiche. Weil dann war auch das Licht aus und dann bin ich hochgelaufen. Also da lag gar nichts. Warum sagt Lilien das? Warum sagt Lilien das denn jetzt? Kurz, ja? Nee, die Communication, die Aufgaben wurden sabotiert. Das Licht war nicht aus. Warum sagt Lilien das? Ja. Also es war am Anfang der Runde aus, aber jetzt eben gerade waren die Aufgaben sabotiert. Die habe ich wieder angestellt gerade. Deswegen bin ich ja danach zur Admin gelaufen. Komms habe ich gar nicht mitgekriegt. Ey, mal ganz kurz, warum bringt sie sich selbst so ins Visier? Ich hätte dazu gar nichts gesagt jetzt gerade. Ja, man kann ja die Aufgaben sabotieren, dass man nicht mehr angezeigt bekommt, welche Aufgaben man gerade hat. Aber das war gerade halt... Die gelben Pfeile sind doch trotzdem da. Nee, eigentlich, wenn Komms aus ist, dann ist eigentlich nur ein Pfeil gerade aktiv. Ja, genau. In dem Weg zu den Komms. Genau. Aber alles andere eben nicht. Und das war halt gerade... Gerade war nicht das Licht aus, gerade waren halt die Coms sabotiert. Genau, zum Schluss, ja. Ganz am Anfang, da habe ich Curry halt noch gesehen, wo die Lichter aus waren. Ja, genau. Da sind wir ja gerade entgegengelaufen. Genau. Okay, ich glaube, es ist ein Self-Report, weil ich glaube, dass Lilian mich hätte... Oh mein Gott, nein. Dritter Impostor. Einzel, dritter Impostor. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist oder nicht. Dritter Impostor, Einzel. Ich habe einen Hintergrund gesehen, wie ihr alle zu mir auf der Seite kamst und keiner los war, ne? Oh mein Gott. Ich will Träumchen. Oh mein Gott. 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 Glückwunsch an die Impostor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey. Ey, wie die am Anfang zu zweit rumgelaufen sind. Ganz kurz. Wer hat verpeilt Aufgaben zu machen? Ich wollte gerade fragen, weil es waren nur noch ein oder zwei da. Ich war fertig. Ich war fertig. Es war gefühlt eine halbe Stunde einfach nur noch zwei Aufgaben. Mir ging aber auch die Düse, ey, als ich gesehen habe. Die Tasks sind nicht mehr so viele, ey. Hattest du noch welche? Eine einzige. Und da wollte ich gerade noch hinlaufen zu Weapons. Und dann macht sie auf einmal den dritten Impostor. Vor allem das Lustige ist, in dem Moment, wo sie mich gekillt hat, habe ich auch gesagt, also ich bin mir eigentlich sehr... Weil ich habe genau diese Situation gesehen, als der Alarm an war. Da standest du mit Lilien nämlich an dem einen Pult. Und die einzige, die gefehlt hat, ist Träumchen. Ich habe gesagt, Träumchen ist safe. Und dann bin ich hier nach Mad Bay gelaufen. Und dann habe ich gesagt, die einzige, die es nicht sein... Also Lilien kann es nicht sein. Und in dem Moment kommt die Animation, Alter. Oh nein. Aber Curry, was habe ich gesagt? Ich werde dich nochmal holen. Ja, das hast du aber jetzt auch verdient. Und das ist... Ja. Musik Musik